Wie macht sich denn die Carmen? Die Carmen macht sich sehr, sehr gut. Aber das überrascht mich nicht. Ich habe nichts anderes gewonnen von ihr. Okay, was haben Sie denn bisher mitgenommen oder was war das Wichtigste, was Sie bisher mitgenommen haben? Ich habe für mich meinen 20-Sekunden-Pitch mitgenommen, auf den ich mich gar nicht so richtig vorbereitet hatte. Das war mal eine sehr gute Geschichte, dass mir dann noch heute Morgen geläufig wurde. Und ich habe unglaublich viele kleine, kleine Details mitgenommen, die wir brauchen, um unsere Firma langfristig vernünftig aufzustellen. Inwieweit sind denn Ihre Erwartungen schon erfüllt worden? Die sind schon übertroffen worden an der Stelle, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich gleich morgens nach den ersten 10 Minuten schon den Wow-Effekt habe.